Hallo und willkommen zu Xbox Dynasty, mein Name ist der Rangeschauer und heute schauen wir uns Doom an. Vorne weg, wer eher zart beseitet ist, sollte hier vielleicht wegschauen, Doom ist ein blutrünstiger 3D-Ego-Shooter. Neben Splatter und Gore konnte Doom aber auch mit Atmosphäre und schnellen Gameplay punkten. Und genau das folgt nun, viel Spaß. Spannende Musik Das war's. 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 Das war's.